Herzlich willkommen zum kurzen Erläuterungsvideo des Vortragssystems Calculator. Mit unserem kostenlosen Designkonfigurator können Sie ganz unkompliziert und schnell einen ersten Entwurf Ihrer Geogitter bewährten Stützwand sowie eine Kostenindikation erhalten. So einfach geht's. Für die Bemessung müssen Sie nur drei Werte eingeben und zwar die Höhe, die Neigung und die Belastung der Wand. Sie sehen in der Grafik hier unten rechts die direkten Auswirkungen, wenn Sie einen Wert ändern. Bereits hier erhalten Sie erste Informationen zu den möglichen Längen und Abmessungen, die für eine überschlägige Kostenkalkulation der bewährten Stützwand verwendet werden können. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, unterschiedliche Frontausbildungen aus der Vortragssystem-Serie zu wählen. Hier können Sie das System auswählen und erhalten dabei nähere Informationen zu den unterschiedlichen Systemvarianten. Die Systemvarianten können Sie auch direkt hier in der Grafik nochmalig anpassen. Wenn Sie schon etwas genauere Informationen zu Ihrem Füllmaterial haben oder die Nutzungsdauer nicht 120 Jahre sein soll, können Sie die Standardwerte im Reiter Erweiterte Eingabe-Parameter bzw. Teilsicherheitsbeiwerte entsprechend ändern. Nach Abschluss der Systemkonfiguration können Sie einen Kalkulationscode anfordern. Mit diesem Code können Sie Ihre Konfiguration jederzeit wieder aufrufen, um Sie zum Beispiel einem Kunden zu zeigen oder aber mit unseren Ingenieuren in eine vertiefte Beratung und Planung einzusteigen. Möchten Sie Ihre Konfiguration und eine Preisindikation erhalten, so können Sie dies über das Kontaktformular anfordern. Sobald wir Ihre Anfrage erhalten haben, erhalten Sie umgehend ein Dokument mit Ihrer Konfiguration, einer Preisindikation sowie weiterführenden Informationen. Sie haben auch die Möglichkeit, uns weitere Kommentare, Anmerkungen, Fragen oder den Wunsch einer Kontaktaufnahme zu hinterlassen. Gern beraten wir Sie detailliert bei Ihrem Bauvorhaben und optimieren bei Interesse gemeinsam mit Ihnen den Entwurf oder erstellen eine prüfliche Statik für Ihr Bauvorhaben.